Hallo und ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Blade Wagonist. In der letzten Folge habt ihr eine, ich nenne es mal, fast schon epische Schlacht gegen den Manticore erlebt. Ich habe leider den Schwierigkeitsgrad etwas zu hoch ausgewählt und somit, ja, habe ich mir den Kampf halt selber sehr, sehr schwer gemacht. Ja, ich habe es aber trotzdem halt geschafft. Und genau, die Herausforderungen von Grimm, ich habe gewonnen, blieb 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 und so weiter und so fort. Ja, annehmen. Jaja, weder deinen Lohn raus, was nehmen wir da? Betäuben. Ne, Lebstärkeversicherung. Was nehmen wir da am besten? Stärke 12 hatten wir und betäuben hätten wir gehabt. Das ist ja auch ganz irgendwie gefallen mir eigentlich alle nicht ganz so gut. Betäubenwert ist relativ hoch und... Jo, du hast eine neue Fähigkeit, beziehungsweise du kannst eine neue Fähigkeit lernen. Was ist das? Als Krieger kann ich auch als Krieger schon irgendwie was Neues lernen? Nein, als Krieger nicht, sondern nur als, ja, nur als das hier. Ich glaube, wir wollen den, den wollten wir auch mal etwas pushen. Okay, dann hatten wir hier Zähigkeit. Reduziere den Schaden physisch. Angriffe um 3%. Deine AP bei einem Treffer auf 50% erhöht sich deine Angriffskraft. Ah, na, na, na. Nicht schlecht. Passiv halt, aber... Okay, das klingt doch nicht gut, nicht schlecht. Also wenn meine AP unter 50% fällt, habe ich zusätzlich nochmal 20% Angriffskraft. Das hätte mir jetzt wahrscheinlich gut was weitergeholfen. Auf jeden Fall geht diese Quest 3 ja gerade mal noch weiter, denn ich muss hier nochmal zu den Klüfen gelernt. Denn der hat nämlich die Quest nämlich auch nochmal. Ah, hallo, da. See you next time. So massacrige Schandler? Oh, ja. Oh, es ist du! Da hast du recht. Oh, es ist du! Da hast du recht. Eine ganz schöne Wall of Text hier. Hierzu gebe ich Unbesieger Ork. Also nochmal halt dasselbe. Noch einmal besiegen. Ist das jetzt eine wiederholbare geworden eigentlich? Oder was ist das? Nee, das ist auch Grimm 3 ist das jetzt mittlerweile. Vorne hatten wir glaube ich 2 gemacht. Okay. Wobei wir können jetzt vielleicht diese Titel-Quest vielleicht erstmal noch machen, um halt etwas Abwechslung mit reinzubringen. Weil ich wollte jetzt eigentlich nicht noch mal, ja zumindest in derselben Folge, dann noch mal rein. Aber das lässt sich wahrscheinlich dann auch nicht immer ganz vermeiden. Vielleicht manchmal. Dass man halt dieselben Instanzen halt nochmal durchläuft. Ja, okay. Wir sind jetzt nochmal in der Grazänge. Wo müssen wir mit dem Titel hin? Dahinter müssen wir mit der Titel-Quest, die wir uns in der letzten Folge ja auch schon in den Docken mit reingenommen haben. Todeswald-Wald und Todes-Basin war es gewesen, ne? So, auf Normal würden wir 10% auf Schwer... Ich hab eigentlich noch mal Lust auf Schwer zu machen. Wenn ich jetzt wüsste... Was ist das? Eine empfohlene Stufe 21. Das ist eine ganz empfohlene Stufe 20. Oh, ich meine wir sind 22, ne? Gruppenkurse auf 2. Aber das ist dann schon wieder etwas schwierig. Wir nehmen es einfach nur auf Normal. Dann müssen wir halt etwas länger zwar so jetzt das auch Let's Play halten. Beziehungsweise auch etwas länger spielen. Für jetzt mehr Level abziehen. Ups. Aber macht euch jetzt auch ein Messer durchnutzen. Aber Hauptsache wir kommen halt durch. Wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht nochmal die Folge so machen, dass ich extrem abkacke wieder. Da hatte ich mich ja doch nicht so das Interesse daran gehabt. Aber ich habe nämlich jetzt auch noch von diesen, ich nenne es mal guten Trinken nur noch 8 Stück. Ich glaube auf Stufe 24 kommt dann die neue Kiste, beziehungsweise neue Belohnung halt wieder. Und... Joa. Aber hier kommen auch gerade noch ein paar raus. Diese Aschenghuls zum Beispiel. Wie gesagt, extrem vielseitig ist es dann bisher noch nicht geworden, das Spiel. Aber wie gesagt, ähnliche Monsterstrukturen. Es macht auf jeden Fall... Es macht Laune das zu spielen, ja. Und ähm... Ja, es sind natürlich ein paar Fehler halt immer mit dabei. Und ähm... Wie weit... Ja, sich das Gameplay vielleicht auch im Endcontent lohnt. Also ich meine, ich denke wir werden das im Let's Play vielleicht schon mal herausfinden. Und das geht jetzt ja mit dem Level noch relativ schnell, nenne ich es einfach mal, ne. Auch wenn wir jetzt natürlich die letzten paar Folgen dann... Und auch die nächsten paar Folgen noch... Wahrscheinlich noch... Etwas, ja, langsamer unterwegs sein werden. Da wir halt die normalen Fressen machen werden wahrscheinlich. Aber das ist... Ja, ich denke der Schale nicht unbedingt. Und hier... Ah, da hat mich einer eingefroren. Ich komme raus damit. Gut. Alle Monster sind hier gesiegt. Die Potter hat zum nächsten Niveau die Blute aktiviert. Und hier... So... Dann haben wir noch ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen hier. So, dann kommen wir aus dem Boden raus. Aber da sind... Wann ich mir auch diverse? Auch jetzt nicht zu wissen. Hier eben die Leckerei haben. Ähm Wann wird man nicht zu wissen? Ja! muss irgendwie ein tor finden das hier nicht nur muss erst alle monster gewesen genau das auch wieder so linear aufgebaut wir waren ja schon mal hier drin gewesen also letzten folgen hatte ich auch gerät natürlich ist der letzte eingang und so weiter auch wahrscheinlich wird es so linear gehalten werden dass man das in der mitte und links also wir müssen auf wir werden auf jeden fall links durch das tor müssen und ja wahrscheinlich wird es so sein dass man nur naja genau das funktioniert nicht scheinbar zu funktionieren so jetzt sind die in der mitte wahrscheinlich gespawren die dinger es gibt aber extrem wenig geld jetzt für die monsther hier das ist mein kopf war die ganze zeit teilweise nur wir sind auf jeden Fall noch ein paar monsther blut okay da die erst gespawren sind halt irgendwie konnte ich meine meine aoe sprung nicht machen bzw hat mein aoe sprung keine wirkung gezeigt letztlich ein anhängiges zeichen noch bekommen so wo mussten wir hier hin ich hab das jetzt eigentlich aber es klappt jetzt ja dieses tor scheint gut zu funktionieren ja wir machen sieger als alle monstern natürlich was auch sonst gut portal zum nächsten gebiet wurde aktiviert jetzt jetzt aber wirklich rein mit uns in den tor jetzt passieren wie gesagt da gab es ja einen titel dafür eigentlich für diese quest die wir da machen wollten die wir da gerade aktuell ja machen und ich denke ein titel schadet nie und ja ist halt wieder einer mehr in unserer sammlung und vielleicht ist es ja sogar mal ein guter titel oh je das war der der hier mal irgendwie auch mal abgehauen ist scharlach scharlach schninder okay okay haben sogar die gute Ruhe bekommen. Und ja, wieder ein paar XP mehr, Richtung Level 95, äh, 25, ja, Richtung 95 auch. Aber in der ersten Linie erstmal Richtung 24. Ja, gehen wir zum Eingang. Machen wir noch die andere Kampf? Ja, wir machen noch die anderen. Wir werden nochmal in der, ja, wir geben jetzt nochmal zurück in die Kratzenkel und werden nochmal in die Instanz reingehen, in der wir die letzte Folge verbracht haben. Ich glaube, das war nämlich jetzt hier, die B2-Stelle war das gewesen, genau. So, wir werden das auf, was spielen wir das denn, normal oder leicht? Ich fand den nämlich auch schon auf, ja, hier, den werden wir mal auf leicht spielen. Also ich fand den Boss nämlich extrem heftig und, ähm, gut, wobei wir haben ja jetzt auch noch die passive Fähigkeit eigentlich. Und jetzt hier, viel gerade jetzt hier in dieser Instanz sehr, sehr weitergeholfen hätte eigentlich. Aber, naja gut, es ist so, wie es ist. Ah ja, genau, so können wir es jetzt vielleicht direkt aktivieren. Diesmal ist es sogar ein, sogar sonnig war hier in diesem Dungeon. Okay, war's. Ich glaube, wir haben trotzdem, glaube ich, dieses eine Item dort vergessen noch. Also sprich, ähm, ähm, das eine, ähm, den einen Gegenstand halt einfach zu aktivieren, wie der jetzt hier zum Beispiel steht. Wollen wir den aktivieren gerade? Nein, kann man nicht aktivieren, weil der eine noch, weil der andere noch fehlt. Hopps. Oh, jetzt habe ich wieder die Milch, die Milch getrunken. Äh, mein, mein, mein Held, der schläft. Nicht ein Niggerchen machen. Los, aufstehen. Los. Monster kommen. Monster kommen. So ist es in Ihnen scheinbar nicht. Monster kommen. Ja. Gut. Also auf jeden Fall nochmal hier schnell runter. Um somit für den Nachschub noch zu sorgen. Aber nein, Quatsch. Das war da oben alles gewesen, oder? Da war das. Genau, hier. Schließen. Und dann nochmal hier hoch. Blub, 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 blub. Viel kleinen Zwitschern. Ist ja mittlerweile auch Frühling hier in Deutschland. Also jetzt, ich weiß gar nicht, wann wird die Folge ausgeschaltet? Ich glaube Mitte März oder sowas in die Richtung. Zum Zeitpunkt des Aufnehmens haben wir jetzt hier gerade 20 Grad hier. Ja, so im März. Und, ja, ich meine. Erdweer, Erderwärmung und so. Ja. Wobei man da halt immer alles, ne, zusammen auch so halt auch, hinterfragen soll, ob jetzt Erderwärmung, ob es jetzt wirklich eine Erderwärmung gibt. Oder ob es keine Erderwärmung gibt. Ach. Was ist das denn hier? Da war ich vorhin nicht dran. Ah, hier ist noch eine Kiste. Ah, hier sind noch zwei Kisten. Okay. Cool. Das habe ich vorhin nicht gesehen gehabt, beim Durchgehen. Ja, man muss, auf jeden Fall muss man immer alles hinterfragen, letztlich. Weil, ob jetzt diese ganzen wissenschaftlichen Theorien dazu. Ich meine, es gab schon immer irgendwelche Schwankungen bezüglich Klima und so weiter und so fort. Und, ähm, ob das jetzt alles stimmt oder nicht. Ach, ich glaube, da, dazu kann jeder muss sich da seine eigene Meinung halt darüber bilden. Ich meine, ich bin schon der Meinung, ich meine, es gibt so viele Milliarden Menschen auf dieser, dieser Welt. Und, ähm, es gibt auch diese wirklich extrem vielen und hohen Abgase letztlich. Und ich denke schon, dass, dass der Mensch da ein Stück weit auf jeden Fall auch mit in die, in die Natur da schon mit eingreift und somit auch ein Stück weit, ähm, ja, mit halt auf jeden Fall die, ja, die Klimaerwärmung halt sozusagen, den Klimawandel, ja, mit verursacht. Ähm, aber, ja, da musste ich dazu selber eine Meinung bilden. So, und den Boss, den werden wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich hier und heute für das Einschalten. Und ich hoffe, ihr seid auch morgen wieder mit dabei. Bye, let's play, du agonist. Tschüss. Tschüss.